Hallo, ich bin Joshua, ich bin sportlicher Leiter in den Fitnessparks und ich zeige dir heute, was diese Zitrone mit deiner Gesundheit und deinem Immunsystem zu tun hat. Stichwort ist hierbei der Säurebasenhaushalt. Säuren entstehen im Körper immer dann, wenn die Mineralstoffe fehlen. Man hat herausgefunden, dass ganz, ganz viele Krankheiten nur in einer sauren Umgebung entstehen können. Mineralstoffmangel tritt immer dann auf, wenn wir schlecht schlafen, wenn wir viele verarbeitete Lebensmittel essen oder aber auch viel Stress im Alltag haben. Die gute Nachricht ist, bei uns im Jungbrunnenportal findest du genau heraus, was du essen solltest, wie viel du wovon essen solltest und vor allem, wie du deinen Stress im Alltag wieder los wirst. Des Weiteren haben wir noch für alle interessierten Frauen unter euch am 13.05. um 19 Uhr das Schöne-Beine-Seminar, wo wir dich auf dem Weg zu Straffung im Bündegewebe begleiten. Bis dahin, bleibt gesund, bis dann!